Sehr geehrte Damen und Herren, Nachdem uns kurzfristig und unerwartet unser Bundespräsident abhandengekommen ist, benötigt die Regierung ihre Mithilfe. Sie sind durchschnittlich, Sie können doof grinsen, Sie haben keine Freunde, kein Telefon, dafür aber eine schöne Frau, Sie sind leicht zu parodieren, haben starke Nerven und müssen beim Interview mit Ulrich Dettendorf nicht über diesen Namen lachen, dann sind Sie unser Mann. Wir bieten Ihnen politische Immunität, eine größtüge Gerente, eine für Politiker durchschnittliche Wohnung und ein Leben im politischen Wachkoma. Bewerben Sie sich jetzt als Bundespräsident. Schreiben Sie Ihre Referenzen und Qualifikationen in die Kommentare. Bei Interesse erkundigt sich die Regierung bei Ihrem Provider nach Ihrer Adresse. Sollte es mehrere gleichgute Bewerber geben, wird der naivere gewählt. Sämtliche Bewerbungen werden auch an das ZDF zweckswetten, dass Moderation weitergeleitet. Jeder kann Politik. Auch Sie.